Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind mit Ghostface unterwegs und aktivieren vielleicht unseren Tarnmodus. Wir haben Barbecue, niemanden drin dem Tod, verbittertes Gemurmel und ich bin ganz ober dabei. Und dann gucken wir mal, wo sich unsere Survivor befinden. Da hinten. Die geben ja eindeutige Zeichen. Das war gerade ein Fehler. Ich hätte jetzt nicht aufstehen sollen. Ah, die ist eh in der Sackgasse gelaufen. Ah, läuft sie. Die laufen hier ja alle rum. Geh weg! Was machen die denn? Hä? Jetzt hab ich dich. Jau, du kommst jetzt gleich mit, meine Liebe. Da hinten ist ein Haken für dich. Keine Ahnung, was die da drüben treiben. Ich gehe gleich mal nachsehen. So, bitteschön. Puh. Das sah gerade so komisch aus. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass die disconnected. Oh nein, sie lässt sich hängen. Da läuft eine. Da hinten läuft die andere. Wenn die nicht, dann ich nehme die andere. Ja, so ist gut. Hallöchen! Es ist down. Schön! Du kommst nicht mit. Ah, hier hinten. Das sieht doch ganz gut aus. So. Sie hängt. Dann treten wir den hier mal zurück. Und gehen weg von ihr. Dann auch sie im Haken können uns aus dem Tarnmuth holen. Und sie ist da noch jemand dran. Die wurde gerade gerettet. Ja, da ist ja noch jemand. Und sie ist da. Und sie ist da. Ich hoffe, sie hat sich jetzt nicht zu sehr erschrocken. Die hat halt nicht aufgepasst. Dann träge ich den Tarnmuth auf zurück. Und ich passe halt auch mit dem Barbecue auf. da drinnen wird fleißig gearbeitet. Und da ist hier keiner mehr. Da sind schon alle abgehauen. Da ist schon alle abgehauen. Dann hast du einen schon gemacht. Und ich wurde gerettet. Okay, da ist wieder jemand dran. Da ist wieder jemand dran. Da ist eine volle Seite. Hat die jetzt die Seiten gewechselt? Und ja, hat die... Oh! Ach! Ich dachte, die erwischen mich nicht mehr. Schade. Drehe ich den hier zurück? Die hat das gemerkt, dass wir da sind. Die hat aufgepasst. Das sind sie jetzt alle. Sie ziehen die Palette nicht! Warum nicht? Oh, dann sind hier alle am Flop. Die wirklich nicht. Die waren gerade am Haken. Da sind wir jetzt zum nächsten schon. Zieh die Paletten weg. Ja, so ist gut. Hier laufen zwei Glööse fängs rum. Ich glaube, das ist die, die ich gerade hatte. Wo patschen die rum? Ich kann sie hören. Da ist sie. Okay, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte dich am Haken. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Hast du einen Strike? Hattest du einen Strike? Gute Frage. Keine Ahnung. Jo. So, das war die. So, da hinten steht jemand. Die läuft stur geradeaus. Die läuft stur geradeaus. So, die ist jetzt markiert. Ich will dich nicht. Ich habe die Klaude markiert. Die hätte ich jetzt gern. Und sie ist down. Alles klar. So. Dich nehmen wir mit. Und hierher kommt es hier ran. So, meine Güle. Barbecue. Keiner in der Nähe. Also, alle in der Nähe. Keiner in weiter weg. So rum. Hallo. Damit hat es jetzt nicht gerechnet. Hat er denn? Ich nehme sie dir weg, bevor wir hier Runde für Runde drehen. Ach komm, du gehst nicht abwärmen, oder? Ah! Da ist sie lang. Okay, die sind fertig. Das heißt. Nö, die sind jetzt aktiv. So müsste der jetzt eigentlich nicht hinterher. Könnte mir die anderen holen. Ich muss die halt auch mal abwärmen. Ah, Mensch. Dieses Luden hier immer. Drüben wurde gerettet. Gehen wir gleich rüber. Gucken wir mal, wo die hingelaufen sind. Da hin. Jo. Du auch? Jo. Tut mir leid. Kommst du hier ran? Die andere liegt hier. Die nehmen wir auch mit. Das muss ich hier vorne an den Haken zu kriegen. Müsste ich schaffen. Jo. Alles klar. Dann haben wir eine noch. Die kann sich jetzt entweder durch die Luke bedünnisieren. Da ist sie nicht. Nur ich weiß halt nicht, wo die Luke ist. Offen ist auf jeden Fall noch nicht. Oder sie sucht nöt. Wer weiß. Da ist sie vorbereitet. Und da ist mein Toton. Da ist die Palette. Die nehmen wir mal weg. Okay. Es wurde noch gerettet. Geht's davon aus, dass die da nach drüben laufen werden? Ja. Da läuft auf jeden Fall die Fang. Lauf, Kleines. Du kannst mir jetzt einen Schlag geben. Du kannst jetzt einen Strike zünden. Ne? Ich hab da eine Ritterin nicht gefunden. Aber ich glaube, das ist zum anderen Tor. Die geht da jetzt sicher raus. Oder auch nicht. Was macht die denn? Ach, da ist sie. Hab ich dich! Ne. Du kommst mit. Hier ist der Hafen. Bitteschön. Und dann haben wir alle vier. Guck jetzt mal, ob ich irgendwo noch die Luke finde. Das hört sich nicht so an. Ja, die haben ein ganz sneaky gespielt. Wir sind bis ins Endgame gekommen. War eine coole Runde. Die eine hatte ich halt gar nicht am Haken. Leider. Punktemäßig. 27.000 sind wir gut dabei. 23.000 ist das Barbecue dazu. Pippen haben wir bekommen. Wow. Zwei Level 4. Alles klar. Ach, die hat ein Insta-Heal dabei. Okay. Ja, haben toll gespielt. War eine coole Runde. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 た